Ah, scheiße. Ach ja, dann nimmt er das lustige Teil wieder. Komm, jetzt hör mal auf, jetzt nehmen wir alle Kevins Teil, egal wie falsch sich das anhört. Ja, es ist so groß, es passt. Und die Steuerung ist schwierig genug, dass das definitiv ein Hindernis wird. Du hast eine Tröte im Arsch. Ne, lass doch mal jetzt, jub doch die Scheiße. Ja, ich dachte, du warst der mit der Tröte, Entschuldigung. Jub jetzt die Scheiße. Alter, mach doch den GEMA-Scheiß weg. Wer macht denn das? Alter, warum höre ich Halle im Schick, Mann? Ich auch. Ja, einer von euch hat GEMA-Kacke gemacht. Das geht nicht. Also, ich bin mal weggelaufen von euch. Das ist weg? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mal, wer das war. Das war Kevin. Kevin, wenn ich in seine Nähe gehe, höre ich Halle im Schick. Wieso? Ich weiß nicht, ich hab nichts gemacht. Was machst du, Kevin? Das war ich schon davon, oder wie? Ne. Wenn ich in seine Nähe gehe, höre ich Halle im Schick. Jetzt? Nicht mehr, oder? Ne. Hä? Und was kommt das? Das war echt krass, Alter. Der Kevin, der will uns alle, der will unsere Kanäle sperren, dass er der größte E-Tieber der Welt wird. Aber eigentlich. Mit GEMA-Musik versucht er uns gerade zu manipulieren. So geil. Wie hab ich das gemacht? Ich hab keine Ahnung. Hast du vielleicht die... Ich hab... Ähm... Warte mal. Ich hab so eine Crowbar genommen. Jaja, so eine Waffe. Die machst du dann auf dem NPC und dann macht der hier diesen Halle im Schick. Wahrscheinlich hast du die verwendet irgendwie. Ja, aber ich hab nur eine Crowbar, oder ne? Warum find ich denn die Duplicator nicht mehr, Alter? Ich bin echt zu blind, ne? Also Halle im Schick ist jetzt vorbei, ja? Ja, ist vorbei. Ja, ist vorbei. Jetzt weißt du auch nicht, wie's gekommen ist, aber ist vorbei, ja? Ich hab die Duplicator die ganze Zeit markiert, ich voll Idiot. What the fuck? Ups. Alter, die Steuerung. Da steigen wir jetzt auf und wir machen das jetzt, komm. Fliegender Haufen Scheiße ist das. Wie lenke ich das denn? Das ist so spiegelverkehrt, Mann. Wie lenke ich das denn? Acht und zwei, nach oben, nach unten. Komm, warte, wir bringen die jetzt alle mal in die Startposition hier. Ich hab den Duplicator nicht getrunken. Acht und zwei? Acht und zwei, oben nach unten, neun und drei. Funktioniert gar nicht, Mann. Wollt ihr schon? Alter, wenn ich Gas gebe, Kevin, dann zieht das Ding nach rechts einfach. Bei mir ist super Gefahren. Wieso kann ich nicht duplizieren? Bei mir funktioniert gar nichts, Mann. Funktioniert nicht. Lol. Ich steuer, eins da unten noch. Warte mal. Drück mal nichts, drück mal nichts. Ne. Warum funktioniert das nicht, mein Mann? Das steuerst du noch? Ja, ich ja. Da hat jemand von euch ne Bombe hingepflackt. Was ist denn hier, Leute? Wieso funktioniert die Scheiße nicht? Pass mal auf, du Idiot. Ja? Achtung, 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 Warte, Achtung, Achtung. Jetzt. Bei mir funktioniert das auch nichts. Was zum Teufel? Was geht dir hier vor? Ich weiß, was los ist. Wo? Das bugt jetzt so rum, weil du so lang nach unten gedrückt hast, dass die Hoverballs irgendwie zehn Kilometer unter die Erde fahren wollen. Ah, du musst dich auch berühren, dann schießen sie hoch. Also jetzt. Die sind nämlich gefreed. What the fuck ist das denn? Was ist das denn? Das ist scheiße. Was? Das ist schon ein beschlungenes. Grantl, warte im Diopat, Alter. So ein beschlungenes Gamutmobil, Alter. No. Schau mal hier, kannst du das nicht steuern? Das sieht aus wie ein Missing No von Pokémon, Mann. Ja, meins ist wieder da. Kannst du das steuern, Grantl? Ah, ich kann das jetzt. Oh. Äh. Nee, irgendwie kann ich das nicht so ganz steuern, wie ich mir das erhoffte. Dann spare ich mir die Mühe, dir das zu erklären. Das ist nur was für echte Pros. Alter, okay, jetzt? Ja, das Einzige, was du beachten möchtest, da hinten fliegt ein Truster rum. Ah, okay. Das Einzige, was du machen müsstest, ist den unfreezen, bevor du damit rumfliegst. Also so lenkt man das in etwa. Also 9 und 3, vorn, zurück. Wir lenken da noch so ein leeres mit, hier fliegt ein leeres rum. Fliegt es jetzt nach oben? Alter, das ist meins. Die Steuerung ist so falsch. Ich hab jetzt schon Krampf in der Hand. Ja, ich auch. Meine Hand tut weh von dem Scheiß. Ist echt schwierig, ja. Wie man gegenlenken muss. Wie gibt man Gas? Wie gibt man Gas bei dem Scheiß? 9 und 3, vorn, zurück. 9 und... Auf den Nummernblock? Ja, auf den Nummernblock. Warum sind denn da keine Zahlen drauf auf meinem Scheiß-Nummerblock? Achso, doch sind Zahlen drauf. Wer fliegt da am Stuhl? Das ist Kevin, oder? Ja. 9 und 3. Oh, Spongebob-Baby-Bilder. Oh, komm, wir gucken. Okay. Was ist das, ne Kuh? Ohne Scheiß. Die Steuerung ist so falsch. Trauen wir euch gar nicht hinschauen, ne? Dass da irgendwelche Pornos kommen. Oh. Gewinn, yeah. Bam. Da ist ne Katze. Da ist ne Katze. Was ist das? Alter, die Steuerung. Dahinten beim Grantelbad fliegen einfach zwei Raumschiffe. Drei. Drei. Welch? Drei Raumschiffe. Und alle fliegen so scheiße, dass ich keine Ahnung hab, auf welchen der Grantel sitzt. Auf dem Beschissensten. Ist das lächerlich. Oh, ich steuere auch eins mit. Oder zwei. Ich steuere eins mit. Lass es jetzt mal irgendwie Challenge machen. Ja, was? Die Challenge ist, hier keinen Fingerbruch zu kriegen beim Längen. Die Challenge ist, seine Scheiß... Ah, das ist ein Leeres hier oben. Ich dachte, die verfolge irgendjemanden. Alter. Was sind denn da für Hefte? Das sind Spiele. Ah. Und, was sagt ihr? Top, oder? Schrecklich. Top, die Welt gilt. Für den ersten Versuch, auf jeden Fall, es funktioniert. Ja, danke. Nennen wir es. Es funktioniert, ja. Ja gut, okay. Wenn du mal weißt, wie es geht, dann irgendwie ist es immer noch gut. Also neun. No. Das ist der Grantel. Ohne Scheiß, wenn ich nach rechts drücke, dann lenkt er nach links. Warum? Wenn ich nach oben will, dann muss ich ganz oben rechts drücken. Warum? No, meine ganzen Tubes sind weg. Das ist doch so unlogisch. No. Alter. Wer ist denn da, wer hockt denn da oben auf dem Schrank? Ich. Probier dich mal zu erreichen. Das ist jetzt mein Mystic Quest. Ich habe es geschafft. Was zum Teufel? Konto wird angegriffen. Was ist denn da auf dem PC los eigentlich? Da unten. Da habe ich eine viel bessere Idee. Warum dreht sich das jetzt die ganze Zeit? Ähm. Wieso, tust du? Ich habe noch nichts gemacht. Noch. Okay. Alter, da schubst mich der Kevin einfach runter. Das war dumm. Was ist mit meinem Raumschiff los? No, ich stütze ab. Bam. Tulu, was hast du gemacht? Wie, was habe ich gemacht? Ich habe mich abgestützt. Es war richtig geil. Habt du nichts gemacht? Yeah. Was kann ich abgestützen? Los. Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Oh, dein Raumschiff ist wieder oben, Kevin. Das weiß ich selber nicht, wo ich bin. Ist er das? Nee. Ich versuche gerade irgendwie hochzukommen. Das funktioniert irgendwie nicht. Holt ihr einfach mal alle nach unten. Ah, okay. Wieso steigen da hinten drei Raumschiffe? So bin ich. Jawohl. Jawohl. Ist das Falsche? Nein. Nein. Warum? Warum? Was passiert mit mir? Ah, da war er ja. Da ist er ja. Du hast mich runtergeholt. Warum? Ist gemein. Warum brauchst du dafür drei Raumschiffe, um mich abzulenken, oder was? Ja. Klaus Theorie. Kevin Mobius. Die packen alles rum. Mein cooles Schiff. Ey, lass mein Schiff. Let it know, ich sehe es nicht mehr. Ach, da oben ist es. Puh, ist runtergefahren. Au. Wenn ich die Taste noch wüsste, zum Einsteigen. Ah. Ah, haben wir jetzt so, spielen wir jetzt das Spiel, ja? Ja. Okay, das Spiel kann ich auch. Ja. Eigentlich. Hör auf mich, vertraue mir, Augen zu. Kennst du? 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 Ja, wir kennen es halt das Maulbad. Spielst du jetzt Snake hier, oder was? Ja. Ey, damit müssen wir auch mal ein Rennen machen. Mit den Snakes, Mann. Ohne Scheiß. Die lassen sich so gut kontrollieren. Damit könnte man echt mal ein Rennen machen, oder? Theoretisch. Müsst du aber eine passende Map finden. Und dann kann man damit ein Rennen machen. Und wer irgendwie auf dem Boden auftritt, der hat verloren. Ah, ich habe gerade Skyrim-Musik bei mir. Warum raucht hier alles rot? Ah, Skyrim. Ich hätte mal wieder Bock, Skyrim zu zocken. Das ist, glaube ich, meine Schlange. Also, jede Tage, oder was? Jaja, das ist eine weibliche Schlange. Kevin? What the fuck? Ach, da läuft er. So. Kevin? Ähm. Ja? Hier. Wow! What the fuck? Ja. Ich habe das in Spawn geworfen. Äh, Error? Was haben wir denn hier? Das funktioniert nicht. Hast du deine Hand? Hm. What the fuck is this? Ähm, was machst du? Es leckt wieder ganz böse. Oh! Ich weiß nicht genau, was ich mache. Das ist das, das der Dom-Mumbe? Ja, das würde ich nicht nehmen. Ah, okay. Kevin ist im Gravity Cube gefangen. Schade, du bist wieder rausgekommen. Äh, was war denn cool? Das ist aber noch cool. Das hat sich böse angehört. Ich will das ausprobieren. Ich will damit fahren. Fliegen. Du sollst den nicht so schrauben. Ja. Komm doch nicht rauf, Mann. Alter. Es brennt übrigens, ne? Dein Schiff. Mann! Du Trottel! Was denn? Warum schießt du auf mich? Das ist Kevin. Stimmt. No! Dein Boot brennt. Kann doch wohl nicht wahr sein. Abissli schon, ja. Alter. Vielleicht schießt du auf die falsche Seite? Oh. Was denn das? Irgendwie schon. Was passiert denn hier schon wieder, Mann? Wo gehen meine Frames hin? Was ist denn da los? Alter. Wenn ich lacht, hat der Kevin gespawnt. Daumen. Der Kevin hat einen scheiß Ventilator gespawnt, Mann. Nein, ich habe jetzt einen Tornado, oder? Tornado, ja. Kein Ventilator. Ventilator habe ich gesagt. Naturventilator, ja. Natur? Okay, war gut. Ventilator. Die ganzen Reifen hier sind von Tudu. Hallo. Oh, da. Fuck. Da war er doch. Bahamas doch. Da oben ist der Tornado, Mann. Schlag den Tornado. Warum kann ich mich bewegen? Achso. Ich höre Atomwaffen. Kann das sein? Das kann sein. Wo ist er denn? Nee, das war ich. Hey, mon sir. Was denn? Du hast Admin Balls gefressen. Es macht echt keinen Spaß, wenn du Admin Balls frisst. Ich muss doch ein langes Leben gewährleisten können. Admin Balls abuser. Abuser. Bäm, bäm. Bäm, dein Abuse leckt. Ihr macht alles kaputt. Das haben wir ja noch die Schönes. So. Ja, liebe Leute. Das ist Garry's Mod. Kontrolliert und strukturiert mit Noobs. Ja. Mit Kevin, dem Ober-Noob. Mit Gratwab, dem noch schlimmeren Noob und dem Tudu, dem Pro. Dem genervt-Noob. Was zum Teufel? Was dampft da hinten rum? Alter, schon wieder der Kevin. Alter, ich hab einen Freeze-Man. Mein ganzes Spiel aufgehängt. Alter, was macht ihr mit euren Scheiß-Tornados? Gut, da sind auch 5000 Reifen. Da fliegen sie. Die spawnen noch mal deine Scheiß-Reifen, Tudu. Deine Reifen, Tudu. What the fuck? Die spawnen die Scheiß-Reifen, Tudu. Die spawnen die Scheiß-Reifen, Tudu. Guck mal, ich will da runterkommen. Damit ich die wegmachen kann. Was mach ich denn? What the fuck? Ich versuche aber nur, Kevin zu töten. Mit zwei Frames. Alter, ich kann so nicht arbeiten. Zwei Frames pro Minute. Was ist denn hier, Alter? Das packt alles total rum. Ich kann nicht mehr respawn jetzt. Ich kann auch nicht auf Clean-Up drücken. Super. Weil ihr alles so verleckt. Wieso? Das sind doch alles deine Reifen. Das ist deine Scheiß, die du hier gespawnt hast. So, jetzt ist alles weg, oder? Ja. So, wo ist meine Musik-Schmitte hin? Verdammt nochmal. Wir haben übrigens, äh, Alter. Wo kam das denn her? Das weiß niemand so genau. Was ist denn das für ein Scheiß? Alter, mit einer riesen Mine, Alter. Tudu benutzt immer Waffen, ne? Der alte Bastard. Was benutzt ihr? Keine Waffen, natürlich. Hey, wie bringst du mich dann um? So, wir sind gerade übrigens an einer Folge. Wie wäre es, wenn wir hier mal Schicht machen? Alter, was ist jetzt schon wieder los? Ich lag. Mein Spiel ist eingefroren. Super. A connection to the Steam-Fuck-Servers. Würde ich sagen. Ja, die Steam-Fuck-Servers sind schuld. Ist sowieso ein guter Moment, um Schluss zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir schingen. Tschüss.